Musik Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zur neunten Episode des Crusader Kings 3 Roleplays zum lateinischen Kaiserreich. Wir sind immer noch Kaiser Baudouin, der Junge ist mittlerweile schon, wie alt sind wir? 54. Und, naja, wir herrschen immer noch über ein Reich, was sich allmählich über Griechenland ausdehnt. In der letzten Episode haben wir Achaia eingenommen und wir hoffen immer noch auf einen Erben, einen männlichen Erben. Dafür haben wir eine neue Gemahlin genommen, eine neue Kaiserin, ärme Sinde. Allerdings, in der letzten Episode ist da mal wieder nur, also wirklich nur ein Mädchen bei rumgekommen. Allmählich denke ich, ich bin verflucht. Oder Baudouin sieht das so, dass er verflucht ist. Genau. Und, ähm, als nächstes großes Ziel für unsere Eroberung Griechenlands steht eigentlich jetzt Epirus an. Das ist so ein relativ großer Nachfolgestaat des Byzantinischen Reiches hier in Westgriechenland. Aber da haben wir auch viel zu holen. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, unsere Claims hier. Das Herzogtum Epirus. Hier ein ziemlich großes Stückchen, was, ähm, das Reich Epirus auch in, also in zwei teilen würde. Und dann könnten wir in einem nachfolgenden Krieg dann noch, äh, hier dieses Stück Achaia, was denen auch noch gehörte, äh, könnten wir auch noch einnehmen. Aber, es gibt da so einen kleinen Haken, die sind mit den Bulgaren verbündet. Hier direkt bei uns im Norden, hier Bulgarien. Und, ja, die haben, ja, 2600 Mann haben die und die haben, und Epirus hat 3500 Mann. Und dann hat er noch diesen anderen Verbündeten, hier, äh, Großfürst Wladimir von Severia. Da, wir können uns mal gucken, wo der ist, hier oben. Hier, das ist Severia. Ist weit weg, allerdings auch nicht so weit, dass die hier nicht auch mal runterreisen könnten. Das heißt, ähm, wenn wir den Krieg hier mit Epirus nicht schnell über die Bühne bringen, könnten wir es nochmal mit 2600 Mann zusätzlich zu tun haben. Also knappe 8000 könnten hier auf dem Feld gegen uns stehen. Wir könnten natürlich, ähm, den Kaiser, äh, Friedrich, äh, quasi mit zu uns ins Boot holen. Ist der gerade mit irgendwas beschäftigt? Nein. Dann werden wir auf jeden Fall darauf bauen, aber wir werden uns vorher auch noch vorbereiten. Denn unser, ähm, unser Bourdon ist ja immer noch, ähm, hier, äh, patient, also geduldig. Deshalb werden wir da nichts überstürzen. Wir werden unsere, auf jeden Fall unsere Armee etwas aufrüsten. Und zwar, in Epirus ist meistens Berge und Hügel. Deshalb werden wir die Einheiten, die da gut kämpfen, äh, nämlich die Bogenschützen und die Pikeniere, die Speerträger, werden wir ausbauen. So, kostet natürlich Geld und jetzt auch Zeit. Deshalb, ähm, werden wir jetzt erstmal ein Stückchen warten. Was ist das denn jetzt? The Teacher. I have noticed your interest in the arts of... Subterfuge, my lord. I might be able to help you to learn even more. My guest Lorenzo smiles mysteriously as he joins me in the gardens. He is as renowned as anyone with, äh, these sets of skills can get. And I would like to deepen my knowledge of Intrigue. Led my way. Okay, er wird unser Mentor und wir bekommen 50 Erfahrungspunkte im Intriguen-Skill-Tree. Oder wir könnten sagen, wir wären naiv, jemandem mit seinen Fähigkeiten zu vertrauen. Gucken wir uns den Kerl doch mal an. 16 auf Intrige, das ist schon... Wow, er ist paranoid, er ist grausam. Okay, er ist auch feige. Das ist okay. Müssen wir mal nachdenken. Wir wollen letztendlich ja unseren Bruder entführen. Das wissen wir ja. So. Wir hatten solche Events ja schon ein paar Mal. Da habe ich dann immer gesagt, nee, das passt nicht zu ihm, weil er halt nur dieses einzige Ziel vor Augen hat. Und dann würde es nicht so passen, dann irgendwie... Ich glaube, das war dann so irgendwie, die anderen Höflinge irgendwie gegeneinander auszuspielen und so eine Schlangengrube von Kaiserhof mählich so aufzubauen. Und ich glaube, das würde auch hier Okay. Wir bekommen immer noch 50 Intrigen-Lifestyle-Punkte. Verstehe ich das richtig? Selbst wenn wir ablehnen? Okay. Also wir werden, glaube ich, ablehnen, weil er will halt kein Er will halt wirklich nicht so ein intriganter Typ werden. Er will halt einfach nur diese eine Tat vollbringen. Und dann wird er sich auch eigentlich aus von diesen Praktiken wieder distanzieren. Das ist halt nicht seine Welt. Deshalb schicken wir den mal wieder nach Hause. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich könnte hier in Konstantinopel auch mal was bauen. Oh! Ja, da ist es! Ja, okay. Moment. Erstmal was bauen. Nämlich Ich dachte hier an Manor-Houses. The lords and ladies of the manor employ hundreds hundreds of peasants to till their fields and tend to their livestock. The more power they hold, the more land their subjects can work on and most importantly, the more tax they will produce. Aber der kostet 200 Thaler, Dukaten, Dublonen, was auch immer. Und ja, haben wir aktuell nicht. Deshalb werde ich mal ein bisschen jetzt darauf sparen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, wir sind jetzt Kidnapper. So. Und wehe, das funktioniert jetzt nicht. Wehe, man kann jetzt keinen Herrscher einführen oder sowas. Da ist er, unser Bruder. Der unseren Hier. Wo ist er? Hier. Der unseren Prinzen, Boudon, unseren Sohn ermordet hat. Hier, abduct. Philippe will soon be my prisoner. Auf jeden Fall. 20% The scheme is successful. Conflict becomes your prisoner. However, you will be exposed for the crime of kidnapping. Okay. Acht Jahre. Okay, Moment. Kennen wir das irgendwie? Unser Spy Master. Kann der da irgendwas machen? Support Schemes. Äh. Moment. Außer Scheme Power plus 16. Ja, ne. Ich glaube, das hat nichts mit unserem zu tun, oder? Ah, doch. Ja. Okay. Jetzt nur mal gucken. Das werden wir vermutlich nicht machen. Aber haben wir jemand besseren als Alter? Wir hätten die endkrasse Spy Spionage Meisterin. Okay. Moment. Können wir hier irgendwas machen? Wir könnten ihn das ist wir könnten ihn zum Steward machen. Der ist ein bisschen schlechter als unser Steward. Das ist unser bisheriger. Allerdings, na, ne. Ich hab ja auch ich hab mir ja quasi selbst so die Regel gegeben quasi nur Leute zu nehmen, von denen ich weiß, wie krass sie sind. Und woher wissen wir dass Giselle so ne krasse Intrigantin und Spionage-Meisterin ist. Wenn sie nur hier unser Gast ist. Was wir machen könnten, wir könnten hier, er hat ne 13, ist immer noch doppelt so gut wie Henry. Hier diesen Bürgermeister. Er ist auch katholisch, sehr gut. Das kollidiert nicht mit ne anderen Dings. Okay. Können wir das einfach hier so machen? Ja, genau. So, du bist jetzt unser Steward. So. Oh, der ist ja schon besser, aber So. Und jetzt nehmen wir hier Er ist besser. Er ist nochmal besser. So, jetzt haben wir das Beste rausgeholt, was, ähm, was dank unserer, äh, unserer, meiner Hausregeln gilt. Und jetzt. Mal gucken. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert, leider. Naja. Und jetzt brauchen wir nur noch drei Jahre. Äh, zwei Jahre. Oh. Oh, Moment. Sehe ich das gerade richtig? Hier, Gottfried, unser Bruder. Der hat sich dem angeschlossen. Sein Spymaster. Das ist, das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Add 16, äh, Scheme Power. Jawohl. Wenn wir hier noch jemanden dazu holen. Juliane, your sister-in-law. Ist das seine Frau? Ne. Das ist seine Frau, ne? Ja. Könnten ihr Geld schicken? 63. 63. Erz 7 Power und Success Chance auf sind 17. Ja, machen wir. sehr gut. Wir sind jetzt zumindest bei maximal bei über 50% hier, ähm, Erfolgschance. Wunderbar. Das ist wirklich, das ist doch jetzt mal erfreulich. Jetzt geht das endlich mal voran. Was ist das? A creeping suspicion. There is something odd about my guest, Tiburge, but I cannot quite put my finger on it. Perhaps it is just my imagination running amok, amok. Nevertheless, that ominous feeling is keeping me up at night. Okay. 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 Wir könnten unserem neuen Spionagemeister sagen, er soll sich das mal ansehen. Wir könnten sie selbst konfrontieren oder wir sagen, okay, ich bin nur paraniert und dafür würde ich Stress bekommen. Ich würde sagen, es ist ja sein Job, sowas herauszufinden, dann sagen wir mal hier, er soll das, er soll das mal rausfinden. Unsere Frau ist wieder schwanger geworden. Yes. Yes, yes, yes. Komm schon, wir kriegen in dieser Folge, ich spüre es, wir kriegen jetzt endlich einen Sohn. He has uncovered irrefutable proof of Tibur's guilt. She is a sexual deviant, that sneaky witch. This information will surely proof useful. Okay, dann, wow. Okay, dann wissen wir das jetzt halt. Wir wissen von ihrem Geheimnis, das ist, äh, aber die ist ja niemand, sie ist einfach nur ein Gast an unserem Hof. Wow. Ah, hier ist sie deviant. Na ja. So, hier. My agent Gottfried approaches me with a bunch of parchment clutched in his hands. I found old architectural sketches of the Count's castle. They might be a bit outdated, but look here. That looks like a tunnel we can use, yeah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, wenn das klappt, ich bin so happy, ich wäre so happy. wirklich, ich wäre so was von happy. Wie viel würde es hier kosten? 75, ja, okay. Ich warte erst mal noch. Aber ich werde die, ich werde jetzt, äh, die Pekiniere dann noch mal einmal, äh, aufleveln und dann, äh, baue ich hier die Manor Houses in Konstantinopel. Wir kriegen jetzt vermutlich sowieso wieder nur eine Tochter. Aber was heißt nur? Es ist ja scheiße, so zu denken, aber es ist halt jetzt Roleplay. Wir haben jetzt, wie viele Töchter haben wir? Eins, zwei, drei, vier. Wir haben jetzt vier Töchter. Apropos. Hier, äh, sie braucht einen, äh, einen, äh, Educator. So. Aber, naja, das machen nicht wir. Das soll mal unsere, unsere Frau machen. Ist halt, ist nicht ihr Kind, aber trotzdem. Und unser jüngstes Kind das werde ich jetzt wieder auswürfeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Eine sieben. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, Learning Education. Okay. Dann ist das jetzt so. Was jetzt auch so ist, dass wir jetzt hier die Pikeniere auf die dritte Stufe bauen. Und hier, das nimmt immer mehr Gestalt an. Hat sich hier noch was verändert? Wenn wir noch jemanden reinrufen. Ne. Können wir ihm vielleicht ein Geschenk schicken? Ja, das müsste doch gehen. Would not accept. Achso, das hier. Also wir kriegen sieben, er kriegt 26 Opinion von uns. Ich hoffe, ich rechne jetzt richtig. Ich mach's einfach mal. 50 ist viel gerade, aber ich versuch's mal. Nee, immer noch minus 8. Scheiße. Ah, okay. Fuck. Ah, warte. Da stand Prisoners can be ransomed. Das machen wir doch mal. Wo haben wir denn hier beschissen lassen? Wer kann denn von denen alles so für 10? Ja, gut. Für 100? Alter, hat der einen Titel oder sowas? Nee. Okay. Nice. Ja, hier. Wir können ihn, äh, wir können ihn convinzen. Also überzeugen. Wie viel wir da haben? 50 wieder. Okay. Ist mir recht. Das bringt 34 Success-Chance. Das brauchen wir. Das brauchen wir sowas von. Jawohl. Leute. Wir haben einen Sohn. Wir haben einen Sohn, Leute. Oh, die Folge hat's in sich. Yes. Yes. Ja, mein Sohn. Ähm. Äh, wir können ihn, also ich würde sagen, wir können ihn nicht Boudoir nennen, weil unser erstgeborener Sohn, der von dem da umgebracht wurde, hieß auch Boudoir. Ähm. Auf den Ancestor. Giraud, Henri, Konrad, Giraud, Boudoir, Fong, Giraud. So, ich hab mich jetzt für einen Namen entschieden. Und zwar Gottfried. Ist, äh, ebenfalls ein Name aus unserer, äh, Familie. Ähm, zum Beispiel unser Bruder, der uns gerade dabei hilft, unseren anderen Bruder, Philipp, ähm, Ding festzumachen. Da ist auch Gottfried. So, aber jetzt gucken wir ihn uns, ihn uns doch mal an. Da ist er. Was ist er denn? Oh, er ist intelligent. Ja, geil. Gottfried ist smarter than the most. Das sieht man jetzt schon. Er ist noch keine 24 Stunden alt, schon kann man sehen, dass er voll das Brain ist. Alles klar. Oh, super. Das, äh, das freut unseren, äh, unseren Kaiser-Boudoir natürlich. Das geilste wäre jetzt natürlich noch, wenn wir noch so lange leben würden, bis er volljährig ist. Ähm, ja, so. Als nächstes kriegen wir auch vielleicht unseren, äh, verhassten Bruder Philipp, ähm, äh, mal Ding festgemacht. Das wäre jetzt natürlich auch was. Ja, ah, wo ich es hier gerade sehe, hier in Einos, da wird jetzt, äh, ein bisschen, ähm, dicke Luft sein, weil unser Bruder ist jetzt, äh, kein, ähm, nicht mehr der Erbe. Ähm, aber, da habe ich mir auch was überlegt, ähm, nämlich, wir haben ja aktuell den Malus, dass wir, äh, zu viele, ähm, wo steht's? Too many held duchies. Wir haben halt Achaia, hier, Thessaloniki hier oben, und Athen. Ähm, das Ding ist, in Thessaloniki und, äh, Thessaloniki und Achaia kontrollieren wir auch, äh, die gesamten Grafschaften selbst. Die gehören alle uns. Bei Achaia, ne, ach Gott, ich komme total durcheinander. Bei Athen ist es so. Wir sind zwar der Herzog, aber alle Gebiete gehören hier, ähm, Sebastianos. Oder? Das sind doch, genau, alle ihm, ne? Dum, dum, dum. Ja, gehört alles direkt ihm. Das heißt, Athen, das Herzogtum Athen, könnten wir nur ihm geben. Oder halt irgendeinem anderen, äh, Grafen hier oben, der irgendwie Land besitzt. Bei den anderen können wir es machen, wir geben jemandem einfach ein Stück, äh, Land oder das ganze Land des Herzogtums und die geben ihm dann auch das Herzogtum. Und genau das werden wir machen. Ähm, wir vergeben nämlich Achaia an den, äh, jüngeren Sohn von unserem Bruder Ori. Nämlich hier der andere Budomar. Der ältere Sohn heißt ja auch Budomar. Er war da sehr, sehr einfallsreich. Ähm, ihm verleihen wir, weil der ältere, der wird halt Jethrakien erben und dann wird, äh, der jüngere, unser jüngerer Neffe wird dann halt jetzt schon, äh, Herzog von Achaia. Und sehen wir uns ihn mal an. Er ist diligent, also fleißig. Compassionate. Oh, wie wird das denn übersetzt? Both merciful and sympathetic. Budomar ist warm hearted. Oh, okay. Und generous, also großzügig. Er ist, ja, ein bisschen, versteht er was vom, äh, ja, vom, von, also er ist ein bisschen ein Denker, aber auch nicht so toll. Jetzt kommt was Interessantes. Also zum einen, er ist, äh, hm, er ist ein Trunkenbold mit 17 und er ist steril. Both of his loins are utterly unable to give life. Ähm, fände ich ein bisschen komisch, weil es ist Fertility nur minus, also in Anführungszeichen nur minus 50. Er kann, also wenn ich das richtig deute und verstehe, dann kann er immer noch Kinder zeugen. Es ist nur sehr, sehr unwahrscheinlich, aber er ist jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes absolut steril. Außerdem, aber das ist ja etwas, das wissen wir nicht. Das können wir jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Betrachtungen mit einfließen lassen. Nein, wir geben ihm jetzt Grand Titles. alles innerhalb von, äh, Achaia und auch das Herzogtum direkt mit. Oh, guckt mal, ihm gehört dann, äh, hier Korinth, das Gebiet von, äh, hier Sebastianos. Das ist, die Jure, gehört das dann zu ihm? Oh, da könnte es, äh, da könnte es dann zu Reibereien kommen. Ja, auf wessen Seite wir dann stehen, das kann man sich ja mal, äh, vorstellen. Ja, Grand Titles. So. Bodor von Flanders became your vessel. Eine empty council position? Warum ist unser Spymaster? Ah, vermutlich, weil unser Spymaster, das war ja irgendein, ähm, irgendein Dings, ein, ein, äh, na, ein, äh, Bürgermeister. Vermutlich war der hier irgendwo. Und weil er jetzt nicht mehr unser direkter Vassal ist, äh, ist er jetzt weg. Okay. Wen haben wir denn dann noch? Ja, hier unser Vassal und Ritter, Bürgermeister Gelduin, wird unser neuer, ähm, Spymaster. Ah, okay, und wir können uns auch mit ihm verbünden, natürlich, das machen wir. Und, ich glaube, was wir jetzt auch machen werden, anlässlich, ah, verdammt, okay, wir brauchen Geld. Weil, anlässlich der Geburt unseres Erben, da werden wir jetzt mal, äh, ein, ein Fest feiern. Weil dazu brauchen wir erstmal Geld. With my, with my agents coming and going freely at the court of Namur, Count Philipp is within reach. The agents are in position to let in a small group of people in the middle of the night and to cover them as they depart und detected. Ideally, while muffling the screams of a kicking burlap sack. success chance 85%. Und das ist, äh, ein Geheimnis bleibt, ist ebenfalls 85%. Ja, gefällt mir. Ach so, äh, wenn wir es schaffen, dann werden wir sowieso, äh, dann weiß das sowieso jeder, dass wir, dass wir ihn gefangen haben. Na gut. Ja! Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. I cannot believe it worked. It was as simple as letting some of my allies into the castle in the middle of the night. Count Philipp is no doubt kicking himself over the poor security. Thankfully, it's a lot better where he is now. Ja. Wir haben ihn. Ja, wie gefällt dir das? Geil. Und, wie es jetzt halt so ist, er hat, seine Frau ist nicht schwanger, er hat nur eine Tochter, die kann nicht erben. Wir sind sein Erbe. Also, wenn wir ihn jetzt auch gefangen halten, dann erben wir irgendwann Namur. Und, wir können es uns ja auch so fest, vorstellen, wie das jetzt abgelaufen ist. Äh, also Basis, Ausgangsoperationsbasis war natürlich I know. Das, äh, das ist unser Gebiet, das liegt direkt daneben, das ist klar. Dann sind wir, äh, sind, sind unsere Mannen zuerst hier von Namur aus wieder zurück hier nach Mans und dann vermutlich hat unsere Tochter, hier die, äh, Herzogin von Flandern, hat uns dann, hat den dann, halt geholfen. Vermutlich mit einem Schiff dann von Brücke aus sind sie, äh, den weiten Weg, ähm, dann hier durchs Mittelmeer zurück nach Konstantinopel und haben ihn dann da hingebracht. So, Kumpel. Können wir irgendwas mit dir machen? Forgive me. Und ich würde sagen, ja, also dafür, dass er unseren Sohn gekillt hat, Hausarrest reicht da nicht. Tut mir leid. Da gehen wir, äh, wir schicken ihn direkt in den Dungeon. So. Perfekt. Jetzt muss ich noch gucken, was wir machen könnten. Also wir könnten execute. Okay. Okay. Wenn wir, ja, okay, wir können ihn nicht umbringen. Wir gelten dann ebenfalls als ein Kind Slayer. Es wäre nicht tyrannisch, weil er ein, äh, weil er ein Verbrecher ist, aber, ja, ich glaube, so weit gehen wir dann nicht. Und wir sind auch nicht irgendwie jetzt, ähm, äh, ein, ein brutaler oder, äh, gewalttätiger Charakter, dass wir ihn foltern würden. Wir sind nur gewalttätig uns selbst gegenüber. Dass wir ihn foltern würden. Nö, der, der verrottet jetzt in unseren, in unseren, äh, Kerkern. Ja, super. So, die Allianz mit Baudoin, jetzt Herzog Baudoin, ist besiegelt. Äh, I hereby invite you to a feast at my court in Sarkovo. It will be a grand affair worthy of your honorable presence. Du bist hier Alexios, der letztens noch hier gegen uns repeliert hat. Aber ich glaube, wir sind in, gerade in so einer Stimmung, da, äh, da ist uns das, äh, da ist uns das egal. Da sehen wir mal darüber hinweg. Er ist ja auch zum rechten Glauben dann konvertiert. Wir akzeptieren diese Einladung. Every guest is gathered in the great hall and our gracious host, Count Alexios, has welcomed us, us all to the feast. Ist er hier eigentlich ein, ein, er ist kein mächtiger Vassal. Wow. Was kommt das denn? Er ist doch ein Herzog hier unten mit allem. Okay, er hat nur 800 Mann. Okay. The conversation partner. As one plate of food is replaced by the next, my acquaintance, Polycarpos, goes on and on about court alliances. And that was how we salvaged that mess. Are you sure I'm not boring you, my lord? Ähm, red einfach weiter. You inherited the barony of Jerezios. Was ist das hier? After extensive conversation over our delectable dishes, Mayor Raphael expresses that he finds me most learned and wise and that my utterance are always of inestimable worth of those less well-read than I. He recognizes true intelligence, I see. Okay. Was ist das hier? Dangerous faction? Inwiefern? Oh, oh, oh. Moment. Erstmal faction. Wer ist das? Bauern. Und wer ist hier wieder? Achso, das ist hier eher Unabhängigkeits- Unabhängigkeitsfraktion besteht hier aus Sebastianos natürlich. In einem Jahr könnten die Bauern sich wieder erheben. Was ist das? Prisoner in my own body. I knew that getting older would mean doing everything slower, but I didn't think it would all come to a halt until my death. Lately I feel a constant malaise and everything that takes more effort than before. I'm worried that if I lie down, I might not be able to get up again. There's no doubt that my time is running out. Uh-oh. I feel like I can do naught but to await death's sweet embrace to claim me. How long will I have to wait? Unfirm? Oh, God. Weak of body, Bordona, is not fit for much except waiting for death to claim him. Alter, nein. Bordona. Jetzt geht's mit ihm bergab. Oh. Christian pilgrims to the Holy Land suffer all manner of abuse and their roots are fraught with danger. In order to protect the pilgrims and secure Jerusalem for Christ and the faithful, his holiness, Pope Gregorius has accepted the possibility of an outright invasion by joint Christian forces. Deus vult. Christian faiths have now access to crusades. Okay. Achso, es ist jetzt allgemein. Allgemein, es können jetzt Kreuzzüge ausgerufen werden. Okay. Aber das ist ja jetzt, dass das jetzt so schnell ging. Wow, da hatten wir aber gerade nochmal richtig Glück, dass uns hier unser kleiner Gottfried geboren wurde. Ganz kurz, wie ist denn das hier mit der Erbfolge in Namur? Ah ja, das ist, das geht dann auch an Gottfried weiter. Okay. Kann unsere Ärztin da vielleicht irgendwas machen? Nee. Oder können wir das von uns aus? Nee. Auweia. Ich glaube, wir haben nicht mehr so lang. What a feast! I will remember the days spent in Count Alexios halls for a long time to come. Now it is time to wash off the traces of merriment and wine and once more resume my duties as a lord of the realm. Farewell, my vessel. Yo. So, ähm, ja, dann wird hier dieses Bauprojekt, würde ich sagen, nochmal gestartet. Manor Houses. Wow. Ich sollte, äh, erst mal gucken, weil Baudouin, Duke Henry's Son and Air is firmly in my grip. However, with the right strategy, I might raise my upper hand even further. Perhaps Baudouin could be used to extend my influence over the Duke? Was? Ach so. Oh, äh, ja, das ist jetzt noch, scheiße, äh, das ist jetzt noch, weil ich weiterhin den, den, ähm, Dingsfokus hab. Den, äh, Intrigantenfokus. Und, ach nee, das machen wir doch nicht. Hier Baudouin, das ist doch unser Freund sogar. Your nephew and friend. So. Äh, ja, und ich kann jetzt nur, das harmloseste, was ich jetzt machen kann, ist hier, spread a few rumors about how terrifying I am. Ja, you gained 10 dreads. Ja, okay. Moment, dann müssen wir mal ganz schnell hier den Lifestyle-Fokus ändern. Und zwar würde ich sagen, wieder hier auf den, auf Chivalry. So. Achso, ich wollte das Ding bauen. Mein Haus ist so, zwei, kostet 200 Goldtaler. Dauert fünf Jahre, werden wir vermutlich nicht mehr erleben. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, der hat 4.000 Mann mittlerweile. und er hat 3.200. Der hat, die haben einfach mehr, mehr Männer als wir. vielleicht auch noch mal die, äh, Lightfootman schon auf Stufe 4 dann, wow. Ja, mach ich mal. Aber die sind noch immer ver, äh, ah, doch, Epirus, verdammt. Ich dachte, die, äh, warum sind die, wie sind die denn? Äh, äh, du married between Prince Polycarpos of Epirus and Princess Bojana of Bulgaria. Ah, okay. Er ist mit der Schwester des bulgarischen Königs verheiratet. Ja, da müsste die quasi sterben, äh, damit das Bündnis aufhört. Oh, the faithful prepare for war. A papal envoy has reached my court, bringing news from the Vatican. Pope Gregorius issued a call to arms to all righteous Christian rulers. As a catholic emperor, I am expected to prepare my man in support of this most holy cause, sponsored by the universal church itself. To all those who will take the fight against the vile infidels desecrating the holy grounds of Jazira, äh, the holy see promises full absolution from all sins and a guaranteed place in heaven. Ähm, ne, also, ja, okay, da führt eigentlich, da führt kein, äh, Weg dran vorbei. Wir waren ja, ursprünglich waren wir ja auch Kreuzritter, sind dann halt, äh, irgendwie, weil wir uns mit diesen verdammten, gierigen, geldgeilen Venezianern einlassen mussten, sind wir dann hier in Konstantinopel gelandet, was natürlich auch ein, ein Dienst am Herrn gewesen ist, dass wir hier, äh, die ein, die wahre, eine Kirche hier auch in, in Griechenland verbreiten können, wo sie halt dieser, äh, diesem orthodoxen, dieser orthodoxen Irrlehre so, äh, verfallen sind, aber gegen den wahren Feind hier, die, äh, das klingt jetzt so scheiße, äh, gegen den wahren Feind hier, ja, I'm looking at you, ähm, sind wir ja noch gar nicht angetreten und deshalb, das, und auch jetzt, weil, äh, wir halt jetzt so ein bisschen vor, beim, das Ende nahen sehen, äh, sprechen es halt auch dieser, hier, dieses, äh, dieses Versprechen von absoluter Absolution, absoluter Absolution ist auch ein toller Satz, natürlich sofort an und deshalb, wir sind absolut zu 100% dabei, my warriors will be ready to fight, so, no beneficiary, okay, gegen wen geht's denn genau? Ach so, nur gegen die Ayyubiden, die hier Ägypten, hier so ein bisschen, ja, hier, äh, Arabien bis hier unten, hier nochmal ein Stück, ja, klar, läuft, würde ich sagen, so, äh, Gott, ich hab mich noch nicht wirklich mit den Kreuzzügen hier in Chrysacan III auseinandergesetzt, so, aber es ist, scheint so ein bisschen so zu sein, wie das überarbeitete System in Chrysacan X2, äh, deshalb, wir können jetzt, my beneficiary, also jemanden, der, äh, derjenige, der dann erobert das Gebiet, also, jemand aus unserer Familie, der dann nach einem siegreichen Kreuzzug, äh, hier, ähm, ähm, Land im neuen Kreuzfahrerreich erhalten soll. Ah, da haben wir, ja, Gottfried, dafür, dass er uns geholfen hat, natürlich, oh, der ist auch in Form, oh, ja, der wird unser beneficiary, Sotanav Jazeera, ach, hier oben geht es speziell hin, okay, nicht hier Ägypten, sondern hier dieses Gebiet soll erobert werden, alles klar, in 14 Monaten geht es los, und wir sind doch ziemlich unterlegen, wenn wir gucken, wer alles mitmacht, ah ja, hier, oh, bislang nur wir, oder so einige andere auf der Gegenseite, Leute, hier, komm, kommt mal ran, Hallo, Kreuzzug, noch irgendjemand, was ist das, ah, ach, er selbst will sich auszahlen, er bietet Lösegeld an, äh, lass es mich so ausdrücken, nein, du bleibst in, in, du bleibst im Knast, tut mir leid, seh ich nicht, kommt irgendwie keiner dazu, steh ich hier mit, ah doch, hier, oh, super, hier auf St. Paul, immerhin, 26, 2300 Mann, ah, jetzt kommen sie, ah, unser Vasall hier, Leonardo von Lesbos, ja geil, unser, unser Brother-in-Law, ah, okay, ja, aber, wie wär's mal mit ein paar Hochkarätern, hm, König von Frankreich, König von England, Kaisers Heiligen Römischen Reiches, irgendwer, ah, boah, die haben aber mehr, die haben so viel mehr, da muss man ein paar, da müssen man ein paar richtig hochkarätige Leute jetzt dazu kommen, was ist das, Leather-Bound Secrets, My contacts have sent me Elizabeth will be enticed by these secrets, ich hab, irgendwie hab ich keine Ahnung, worum es grad geht, ähm, es scheint ja irgendwie, you gain one martial lifestyle perk, es scheint irgendwie um Kriegstaktik oder sowas zu gehen, in diesem, in diesem gebundenen Buch, dann nehm ich das ja einfach mal, ich hab, tut mir leid, ich bin mir grad irgendwie total entfallen, was, was das sein soll, so, hier, Never Back Down oder Promising Prospects, immer Promising Prospects, Pelayo, unser, was war er denn, und wer ist gestorben, ein neuer Patriarch, achso, der Patriarch ist gestorben, okay, haben wir jetzt einen neuen, achso, der war ja auch da gerade in diesem Event, ähm, so, aber, diese Folge geht schon ein bisschen zu lang, ey, es ist viel passiert, ähm, wir haben endlich einen Sohn, unser Wunsch nach einem leiblichen Erben hat sich endlich erfüllt, wir haben unseren Bruder, dafür, dass er uns in unseren ersten Erben genommen hat, endlich drangekriegt, der schmurt jetzt in unseren Kerkern, dafür, ähm, irgendwie ironisch, er hat all seine langfristigen Ziele erreicht und dann holt ihn das Alter ein und er ist jetzt gebrechlich, kann sich kaum noch bewegen, Geist lässt auch nach, ähm, ja, und dann auch dieser Kreuzzug, wer weiß, was daraus noch wird, wir gucken noch einmal in die Beteiligten rein, wir scheinen wirklich die Ranghöchsten hier zu sein, das sind Grafen, ja, ein, zwei Herzöge, der Don, äh, Pierre Kenzer, äh, aber hier, wo sind denn die großen Herrscher der Christen halt, die großen strahlenden christlichen Könige von Frankreich, von England, Aragon, Kastilien, okay, Kastilien scheint gerade selbst, äh, mit sich selbst zu tun zu haben, hier der heilige Römi, der heilige, heilige römische Kaiser, wo ist der denn? Oder der König von Ungarn, ist auch ein Christ, oder? Ja, guter katholischer König, wo seid ihr denn alle? Naja, vielleicht kommen sie in der nächsten Folge dazu, ich sage jetzt erstmal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, es bleibt spannend, bei den Van Flanderen, und bis zum nächsten Mal, ciao! Tschau!